Ich bin ein Iraner, ich weiß noch, ich lebe in Deutschland, als wir damals hergekommen sind nach Deutschland war ich ein Jahr alt, mein Bruder war drei, meine Mutter war so um die elf. Mein Vater war 59. Während der Schulzeit hatten wir immer die frischesten Pausenquote. Ich meine, meine Mutter hat ja Unterricht im Klassenzimmer nicht machen.